In der heutigen XXL-News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Darum wurde bei Hamilton nur der Motor gewechselt, Andretti steht kurz vor der Sauberübernahme, Imola bekommt einen Vierjahresvertrag, fünf Fahrer durften in Istanbul neue Handschuhe testen, neues sportliches Reglement kommt später, Strafpunkte für Gasly und Alonso. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Lewis Hamilton ist am Sonntag statt von Startplatz 1 von Platz 11 ins Rennen gegangen, weil bei ihm der Motor gewechselt wurde. Doch einige hatten sich gewundert, warum nur der Motor und nicht quasi alles so wie bei Carlos Sainz gewechselt wurde. Der Leitende Mercedes-Rennen-Engineer Andrew Schafflin erklärte das wie folgt. Wir simulieren alle Rennen bis zum Jahresende. Was man auf keinen Fall will, ist ein Ausfall während des Rennens und dann trotzdem eine Strafe zu kassieren. Dann gibt es auch noch ein Leistungselement, denn die Aggregate verlieren im Laufe ihrer Lebensdauer ein wenig an Leistung. Es ist besser, zehn Plätze zu verlieren, als aus der letzten Reihe starten zu müssen. Hättet ihr die komplette Power-Unit bei Hamilton wechseln lassen oder nur den Motor? Schreibt es in die Kommentare. Laut Race-Fans soll der ehemalige Formel-1-Pilot und Indy-Car-Champion Michael Andretti kurz davor sein, den Sauber-Rennstall zu 80% zu übernehmen und er würde dafür 350 Millionen Euro zahlen. Das verschafft ihm sowohl die Kontrolle über Sauber Motorsport und Sauber Engineering. Bereits im September gab es die ersten Anzeichen. Seine Firma Andretti Autosport ist in diesen Rennserien unterwegs. Alfa Romeo-Teamchef Frederic Vasseur sagte am Freitag gegenüber Sky, dass es nicht sein Aufgabengebiet ist und er dazu nichts sagen kann. Er sei Geschäftsführer und Teamchef und solche Gespräche führe man nicht mit ihm, sondern mit Anteilseignern. In ein derzeitiges Team zu investieren ist aktuell der einfachste Weg und das aus zwei Gründen. Erstens eine bestellende Infrastruktur und zweitens man spart das hohe Einstiegsgeld von 200 Millionen Euro, das man als neues Team bezahlen muss, um in der Formel 1 anzutreten und das unter anderen Teams aufgeteilt wird. Gerüchte und Eigentümerwechsel gab es bei Sauber in der Vergangenheit immer wieder. Vor fünf Jahren wurde das Team von der schwedischen Investmentfirma Longbow Finance aufgekauft und seit 2019 tritt man unter dem Namen Alfa Romeo an. Diese Partnerschaft wurde Mitte Juli im Rahmen eines Mehrjahresvertrages erst verlängert. Außerdem gab es das Gerücht, dass Indica-Fahrer Colton Hörter 2022 den zweiten Sitz bei Alfa Romeo neben Valtteri Bottas bekommen soll, wenn Andretti sauber übernimmt. Aktuell hat er 32 Super-Lizenzpunkte in den letzten drei Saisons in der Indica-Series gesammelt. Er müsste noch einige erste freie Trainings absolvieren, bevor die Saison 2021 abgeschlossen ist. Da er aber über 30 Super-Lizenzpunkte besitzt, hat er Anspruch auf eine Sondergenehmigung der vier, um in der Starterfeld 2022 aufgenommen zu werden. Glaubt ihr, das wird etwas mit der Andretti-Übernahme bzw. Colton Hörter 2022 neben Valtteri Bottas bei Alfa Romeo? Schreibt es in die Kommentare. Formula News Live berichtet, dass der Grand Prix von Imola von der Regierung grünes Licht erhalten hat und mit einem Vertrag für die Jahre 2022 bis 2025 dauerhaft in den Kalender aufgenommen wird. Die FIA wird den vorläufigen Kalender diese Woche bekannt geben. Frankreich bleibt endgültig im Formel-1-Kalender für 2022, Imola ersetzt China im April, das für ein weiteres Jahr ausfällt. Die Bekanntgabe des Kalenders erfolgt voraussichtlich am Freitag. Nach dem schrecklichen Unfall von Romain Grosjean im Bahrain letzten Jahres wurde die Sicherheit verbessert. Im Training zum Türkei-Compré durften fünf Fahrer neuer Handschuh-Prototypen von vier Ausrüstern testen, nämlich Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo und George Russell. Das sind aber noch Neuentwicklungen, die noch nicht offiziell genehmigt wurden. Die Stuarts erklärten, dass seit Anfang 2021 die FIA-Sicherheitsabteilung ein Forschungsprojekt mit dem Ziel durchführt, den Wärmedurchgangsschutz der Fahrerhandschuhe zu verbessern. Der Test kann aber auch nur auf der Rennstrecke ordentlich getestet werden und dieser wurde sowohl von der FIA als auch von Rennleiter Michael Macy überwacht. Die Formel 1 wird 2022 nicht das sportliche Reglement überarbeiten, welche schon in die Jahre gekommen ist. Im Grunde ist im sportlichen Reglement der Zeitplan eines Rennwochenendes vom Training bis zum Rennen, obwohl alles nicht unbedingt in einer logischen Reihenfolge sortiert ist. Es werden nur einzelne dringende Dinge überarbeitet und das aus einem guten Grund. Sowohl die Teams als auch die FIA sind mit den aktuellen Regeln vertraut und wissen genau, wo sie welchen wichtigen Artikel bzw. Paragrafen finden. Es ist also nicht notwendig, alles neu zu schreiben. Die Regel des Sprintqualifyings ist in diesem Jahr mit in das Reglement eingearbeitet worden. Aktuell sieht es so aus, dass das Behalten des derzeitigen Reglements in dieser Woche formell beschlossen wird. Sportliche Änderungen für die nächste Saison müssen dann in das aktuelle Regelwerk eingebaut werden. Pierre Gasly hat gestern in Kurve 1 Fernando Alonso gedreht und der wiederum hat Runden später Mick Schumacher gedreht. Beide bekamen jeweils eine 5-Sekunden-Zeitstrafe. Besonders bei erstgenanntem Vorfall gab es Kopfschütteln. Aber da kommt noch was. Sowohl Pierre Gasly als auch Fernando Alonso bekommen für ihre Vergehen zwei Strafpunkte. Gasly hat jetzt drei und Alonso zwei. Bei den Franzosen verfällt ein Strafpunkt am 9. Mai 2022 und beim Spanier in einem Jahr. Gasly hat einen Strafpunkt beim Spanien Grand Prix erhalten, weil er in der falschen Startposition war. Gehen die Strafpunkte für Alonso für das gestrige Vergehen in Ordnung? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Vettel-Fan-Sepp und er schreibt, Ein drittes Rennen in den USA würde ich nicht feiern, fände Malaysia oder ein Rennen in Afrika besser, einfach damit es internationaler ist. Ja, die beiden Rennen wieder als Zusatzrennen im Kalender zu haben, wäre schön. Malaysia war einzigartig, besonders im Regen. Wenn der kam, dann aber richtig. Die Formel E fährt ja bereits auf dem Afrika-Kontinent und Gerüchten zur Folge soll der Südafrika Grand Prix in Kialami zurückkehren und das schon in zwei Jahren. Offiziell ist noch nichts, aber wenn sich da was tut, gebe ich euch Bescheid. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, ob Honda in Zukunft doch wieder in die Formel 1 zurückkehren wird. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht, auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal!